Hi, mein Name ist Lisa Marie Schütz und ich bin 20 Jahre alt. Ich habe mit den deutschen Hockey damals in Rio Bronze geholt und studiere hier in Düsseldorf Medizin. Lisa ist einfach toll. Sie ist voll durchterminiert, jeden Tag. Was sie macht, macht sie mit Begeisterung, zielstrebig, was sie alles durchzieht mit ihrem Medizinstudium, die guten Noten. Also es haut mich von den Socken. Ich habe größte Achtung vor ihr. Tja, ich finde sie super cool. Also ich würde jederzeit für Lisa plädieren. Vielen Dank. Vielen Dank.